Okay, mach das Ding mal platt. Also wenn ich das auflade, macht das nicht viel Damage, ne? Einfach links gedrückt halten und dann einmal beim Vorlaufen loslassen, halt das so. Genau, da hast du jetzt ne Crowbar, ne? Da ist ein kleines Kind, wie machen wir das mit dem? Den musst du nur kurz anhauen, da musst du nicht aufladen. Ich schaff's trotzdem von dem Edel. Ich auch. Wie der weggeflogen ist. Blüder Sack, Zombie. Er hat sogar mich mit dem Rücksch... Schwal... Schwalbe bekommen. Ist schon da. Ist schon gelb. So, grün-gelb. Kann das sein, dass die schwarzen Zoll ein bisschen her dazu schleifen? Ja. Ja.